Julia Siegel musste das Legenden-Dschungel-Camp als vierter Promi verlassen. Jetzt spricht sie über ihre Zeit in der RTL-Sendung. Ich habe mich noch nie in einem Format so unwohl gefühlt, hatte Julia Siegel einen Tag, bevor sie das Legenden-Dschungel-Camp verlassen musste, im Dschungel-Telefon unter Tränen erzählt. Nach diversen Regelverstößen und Diskussionen um das Kochen, war zu diesem Zeitpunkt bereits ein Großteil der Gruppe gegen sie. Nach der verpatzen Essensprüfung beim Strafgericht, stand die Münchnerin gemeinsam mit Gigi Birofio, der ebenfalls nicht alles runterbekam, was RTL ihnen serviert hatte, auf der Abschussliste. Letztendlich war es an ihren Mitstreitern zu entscheiden, für wen Tag 11 der letzte im südafrikanischen Dschungel sein würde. Dschungel-Camp Nur Georgina Fleur steht zu Julia Siegel, die war viel eindeutig aus. Siegel erhielt sieben von acht möglichen Stimmen. Selbst Eric Stefest und Mola Adebisi hatten sich für ihren Auszug entschieden. Nur Georgina Fleur sprach sich für den Verbleib Siegels im Camp aus. Für Siegel der ultimative Freundschaftsbeweis. Nach ihrem Auszug äußerte sich Siegel gegenüber RTL und gab sich an vielen Stellen überraschend versöhnlich. Unter anderem gab sie an, im großen Reality-Format tolle Leute kennengelernt zu haben. Wobei es ein paar Menschen geben hätte, die sich ein bisschen wie Affen aufgeführt und um ihren Rang gekämpft haben und zwei, die ihr Löwenrudel angeführt haben, aber nicht gut. Dass die Wahl der Camper auf sie fallen würde, überraschte Siegel nicht. Im Camp war eine Gruppe, die mich nicht mag, weil ich offensichtlich viele Fehler gemacht habe, war klar, dass die mich rauswählen, so die Ausgeschiedene. Die Begründungen und Beleidigungen der Konkurrenz habe sie ohnehin schon tagelang ertragen müssen. Ich finde es nur heftig, dass man sich bei einer eigentlich fremden Person rausnimmt, sie so zu analysieren, sie zu verletzen und zu beleidigen. Julia Siegel enthüllt. Ich fand das Camp geil. Generell fand Siegel das Camp geil und wäre gern noch länger dabei geblieben. Vor allem, weil sie sich mit einer Hypnose-Therapie gegen ihre Angst vor Spinnen oder einem Höhentraining intensiv auf die Zeit in Südafrika vorbereitet hatte. Ich bin frustriert, weil ich in einer Essensprüfung rausgeflogen bin, merkte sie im Gespräch mit dem Sender außerdem an. Ich hätte mich gern gebattelt bei Challenges mit Kraft, Intelligenz, Allgemeinbildung und Höhe. Natürlich sei ihr Aufenthalt auch emotional aufwühlend gewesen. Es war eine krasse, interessante, geile Zeit. Aber bei mir auch mit vielen Tränen. Trotz einer leichten Bronchitis sei sie nach dem Auszug noch immer fit und energiegeladen. Ich hätte die Kraft gehabt und gern noch gezeigt, was in mir steckt. Dschungelcamp Die nächste Exit-Prüfung steht an wie Sonja Siedlow und Jan Köppen andeuteten. Wird die Dschungelprüfung an Tag 12 wohl wieder zur Exit-Prüfung? Auf RTL Plus ist die Episode bereits am Montag, 26. August um 20.15 Uhr zu sehen. Im Free-TV läuft sie einen Tag später. Im Free-TV läuft sie einen Tag später. Im Free-TV läuft sie額 Hause. Im Fد Monch um 20.15 Uhr zu sehen. Vielen Dank.